Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist was, wo Sie als Justizminister keinen Blumentopf gewinnen können. Die Strafen sind niedrig, die Prozesszeiten sind lang, das Personal, die Personalkosten sind hoch. Heißt, in der Statistik sieht das doof aus. Gleichzeitig kommen die Leute und sagen, bei mir wird dauernd eingebrochen, könnte da nicht mal was tun. Und insofern ist es alleine schon eine politische Weichenstellung, dass man sagt, ich will Korruption tatsächlich verfolgen. Wo es natürlich auch Widerstand aus der Wirtschaft gibt, weil es schlicht und einfach schon, wenn Sie Korruption, wenn Sie diese versteckten Verbindungen aufdecken möchten. Ob die Registe. Ob die Registe zum Beispiel. Oder die nächste Stufe. Aber wenn Sie sowas aufdecken wollen, dann kommen Sie natürlich automatisch in Vorschriften, wo Sie relativ viel melden müssen. Und gegen Bürokratie wehrt sich in Teilen zu Recht die Wirtschaft immer. Insofern geht es um Personalzumessung, geht es um das, was wirtschaftliches Handeln dann auch überhaupt noch möglich macht. Und da gibt es dann große Interessensschwierigkeiten. Und in manchen Bundesländern ist es tatsächlich auch noch so, dass die Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind. Es ist in der Regel nicht nachzuweisen, dass ein Justizminister dann Einfluss auf die Verfahren genommen hat. Es ist in der Regel nicht justiziabel nachzuweisen. Das ist ein meiner kölschen Lieblingsausdrücke, da kann man daran fühlen manchmal. Und wenn man die entsprechenden Wirtschaftsstrafkammern personell so eng ausstattet, dass sie eigentlich kaum arbeitsfähig sind, dann weiß man auch, was das Stühlenbein geschlagen hat. Ich komme gleich noch zum Lobbyregister. Beim Müll- und Spendenskandal, also vielleicht nochmal kurz der Exkurs. Es gab Millionen Zahlungen eines Müllunternehmers, eines Absorgungsunternehmers, der in Köln gerne eine Müllverbrennungsanlage bauen wollte. Die SPD war dagegen. Auf wundersame Weise war sie irgendwann dafür. Und das ist befördert worden über wirklich hohe Korruptionszahlungen. Ein Teil dieser Korruptionszahlungen sollte in die Parteikasse geschleust werden. Das ist jetzt natürlich irgendwie doof. Also da ist tatsächlich Norbert Rüther, der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende, mit einem leeren Koffer in die Schweiz gefahren, hat das Geld abgeholt, das Bargeld abgeholt und ist mit dem vollen Koffer wieder zurückgefahren. Hat er vor Gericht sehr schön erzählt, wie das gelaufen ist, wie er sich dabei gefühlt hat. Der Mann ist tatsächlich mittlerweile geläutert, der bereut, was er getan hat. Also ich habe zehn Jahre danach mit ihm das erste große Interview machen können. Er arbeitet als Psychiater jetzt wieder in seinem ursprünglichen Beruf. Aber ganz ehrlich, der ist wirklich, der bereut tatsächlich und hat auch mit Politik nichts mehr am Hut. Aber damals, ja kann man schon sagen, war ein schlimmer Finger. Was ist dann passiert? Man hat dann Genossen sich ausgeguckt, die angeblich gespendet hätten. Dann hat man das Geld eingezahlt, auf deren Namen war an der Bank und hat denen anschließend eine Spendenquittung nach Hause geschickt. Damit das alles schön, ordentlich dokumentiert ist. So, und dann gibt es unterschiedliche Erzählungen. Also manche sagen, ach, ich kriege so viel Spendenquittung, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Andere sagen, ja, das war Ersatz für Aufwendungen. Ich habe ja irgendwann mal hier für den Ortsvereinsstammtisch, habe ich doch mal Gummibärchen gekauft. Ist doch klar, dass ich jetzt 3000 Euro Spendenquittung kriege, ist doch logisch. Bisschen übertrieben, aber es gab verschiedene Rechtfertigungsstrategien, nur wenige hatten den Mut zu sagen, ja okay, aber Mist. Aber die haben das natürlich von der Steuer abgesetzt. So ist das Schwarzgeld da reingetrickst worden. So, es gab zwei Frauen, eine Rechtsanwältin, eine Landtagsabgeordnete, die haben gesagt, nee, wir äußern uns gar nicht zur Sache, wir lassen uns jetzt auf eine Klage ankommen. Verklagt euch uns doch. Ja, was macht die Staatsanwaltschaft in so einem Fall? Sie klagen die an. Ich habe mir den Spaß, ich habe ein relativ gutes Wiedervorlagesystem. Ich habe irgendwie alle halbe Jahre da angerufen und nachgefragt, was macht denn der Fall jetzt? Der Fall ist, wie die Juristen das nennen, verfristet. Es hat sich nie ein Gericht damit beschäftigt. Das sind natürlich Sachen, Kosten-Nutzen-Abwägung. Das spricht sich rum. Deswegen ist es ja auch so wichtig, zum Beispiel bei Jugendlichen doch relativ schnell dann auch die Strafe folgen zu lassen und da jetzt nicht zwei Jahre mit zu warten. Aber wenn sie mal mit deutschen Gerichten zu tun hatten und gerade in solchen Bereichen das dauert. Das hat natürlich überhaupt keinen Abschreckungseffekt mehr. Der einzige Feind solcher Strukturen, die sich abschotten gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber auch der Teilöffentlichkeit, der Stadtöffentlichkeit, ist eben wirklich Transparenz. Und dazu zählt beispielsweise ein Global Register. Die Kölner Ereignisse haben dazu geführt, dass in Nordrhein-Westfalen, ähnlich wie auf Bundesebene das mittlerweile auch ist, zumindest in Ansätzen die Politikerinnen und Politiker erklären müssen, welche wirtschaftlichen Abhängigkeiten sie haben, bei welcher Firma sie arbeiten, welche Beraterverträge sie haben, in welchen Vereinen sie sind und da wesentliche Positionen haben. Weil wenn ich im Sozialausschuss sitze und über Zuschüsse für die Caritas mit abstimme, und zufälligerweise auch da bei der Caritas, das ist auch so ein Klassiker der Korruption. Maynard Klimt, der ehemalige Verkehrsminister, musste mal zurücktreten, weil er nicht für sich selbst Geld genommen hat, sondern für seinen Fußballverein. Seinen Fußballverein, weil er da Präsident war. Also auch Ansehensmehrung kann Schmiermittel sein. Es geht nicht immer um Geld, wie gesagt, das Reparatur des Autos und so weiter. Deswegen müssen wir Transparenz haben und ganz ehrlich, jetzt kommt der andere Beruf noch und auch der Lobbyist an der Stelle. Ich stehe im deutschen Lobbyregister, es gibt ja eins vom Bundestag, das zwar nicht so weitgreifend ist, wie wir uns das als Korruptionsforscher wünschen, aber diejenigen, die auch zum Beispiel den Hausausweis haben vom Bundestag, habe ich auch, die sind offiziell in dieses Lobbyregister eingetragen. Ja, es gibt seit einem Dreivierteljahr nicht mehr die Lobbyausweise der Fraktionen. Da konnten nämlich vorbei am Lobbyregister, konnten die Fraktionen einfach Hausausweise ausstellen und da sind eben alle möglichen rein und raus gelaufen, wo sie überhaupt nicht mehr unterscheiden konnten. Wer ist jetzt hier in offizieller Funktion, in welcher Funktion, bitte schön auch und wer nicht. Transparenz ist der natürliche Feind solcher Strukturen und ist auch wirklich die einzige Chance, da die Nase dran zu bekommen. Weil dann kann man als Journalist, da kann man auch als Bürger anfangen, überhaupt mal zu recherchieren und die richtigen Fragen zu stellen. Aber wenn Sie sagen, hatten Sie vorhin angedeutet, dass Korruption auch einen moralischen Faktor hat. Wenn Sie sehen, die Gesetzgebung wird ja sehr viel von Lobbyisten geschrieben, sodass die Leute aus den Häusern, aus den Ministerien im Endeffekt vielleicht mal hier Entwürfe haben. Und wenn Sie auch sehen, Sie sagen, Journalisten, es ist ein Unterschied, ob ich bei der Bundespressekonferenz bin oder ob ich irgendwo zum Pressefrühstück bin, sozusagen im Insiderkreis. Und ist das nicht auch schon eine Form von, sag ich mal, Klümmel in Richtung Korruption? Genau das. Ohne Netzwerk können Sie als Journalistin, als Journalist nicht überleben. Gerade im Nahbereich. Sie haben zum einen das, was Sie auf Bundesebene nicht haben, nämlich, wenn Sie über Kommunalpolitik berichten, was ich lange getan habe und zum Teil auch noch mache, dann sind Sie mit denen, die Sie kritisieren, über die Sie berichten, die Sie anprangern, am nächsten Abend in der Kneipe, im Theater, im Sportverein, die Kinder in der Schulklasse. Sie sind im direkten Nahbereich. Das ist was anderes, als anonym in der Bundespressekonferenz zu sitzen und sich an der Stelle ja auch mit Profis auseinanderzusetzen. Also Entschuldigung, Politiker und an der Stelle, dazu zähle ich mich auch, als Bundesvorsitzender von einer Europas größten Journalistenorganisation, natürlich bin ich an der Stelle Politiker. Und ich muss mehr aushalten als andere. Im lokalen Bereich kann alleine schon dieses Netzwerken im Sinne von Empathie, das kannst du denen doch jetzt nicht antun. Und der Druck, der dadurch auch entsteht, im eigenen Bekannten- und Freundeskreis, vielleicht sogar in der eigenen Familie, das kann so stark werden, dass es in Richtung Korruption gehen kann. Wobei ich auch da sage, da muss man sich mit auseinandersetzen, das muss man sich bewusst machen. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in Köln selbstverständlich auch mit Politikern befreundet bin. Mittlerweile auch auf Bundesebene. Ja, es gibt da Menschen, mit denen ich mich duze, mit denen ich mich auch privat treffe. Also jetzt nicht so viel Privatleben, aber trotzdem. Ja, wo man zusammen auf den Weihnachtsmarkt geht oder so und ja, wo man wirklich miteinander befreundet ist. Und es ist bei mir, weil ich das ja schon sehr lange mache, also mit 17 angefangen habe, schon immer auch investigative Geschichten gemacht habe. Ich sage, wenn sich eine solche Situation anbahnt, wenn man also in diesen Bereich Netzwerk kommt, wenn man sich das Du anbietet. Das ist dann meistens so der Marker der Situation. Dann kommt bei mir immer der Spruch, der sagt, okay, ich sehe meinen Job ähnlich dem eines Staatsanwalts. Wer als Staatsanwalt auch im privaten Rahmen von einer Straftat erfährt, muss, muss das melden. Wenn er das nicht tut und das ist nachzuweisen, ist er seinen Job los. Das ist strafbar. So, und da sage ich, klar, solche formalen Vorschriften habe ich nicht, aber moralisch für mich persönlich, ich, und das predige ich auch in meinen Rechercheseminaren, zum Beispiel auch bei jungen Studierenden. Ich sage, wenn so eine Situation entsteht, sage ich, du musst das wissen. Wenn du also zum Beispiel bei deiner Partei in die Kasse greifst, ist das Äußerste, was ich mache, das an Kollegen abzugeben. Ich würde es nicht geheim halten. Das ist ja eine Frage des Rollenverstimmens. Genau, und da muss man die Rollen klar definieren. Nicht jeder geht so reflektiert daran. Auch Journalistinnen und Journalisten sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt alles. Es gibt welche, die ihre berufsethischen Verpflichtungen sehr ernst nehmen. Und es gibt die anderen, die zum Glück in der Minderzeit sind, aber es gibt sie. Genauso wie es korrupte Polizisten gibt. Es gibt alles auf dieser Welt. Unfair ist es, diese Einzelfälle dann auf den gesamten Berufsstand zu übertragen. Und es nützt uns aber auch nichts, sich da hinzusetzen und zu sagen, wir sind alle als Berufsstand insgesamt erhaben über jeden Vorwurf. Nein, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Genauso wie es damals die Stadtverwaltung zum Teil gemacht hat, damals sogar strukturell gemacht hat. Korruption kann es bei uns nicht geben, alles Unsinn. Wir haben es dann sehr hart lernen müssen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und es ist eine Daueraufgabe, sich immer und immer wieder damit auseinanderzusetzen. Ja, und nochmal im Nahbereich ist die Gefahr auch schneller da, dass man dann aus Empathieerwägungen eben auch sagt, oder auch tatsächlich durch das sogar objektive Anhäufen von Dankesschulden, dann sagt, ach nee, die Geschichte muss ich jetzt gar nicht machen. Der ist auch viel zu viel Arbeit, sich dabei sagt, ach nee, der ist so nett. Das ist dann wieder die Frage des Räumenverständnisses. Genau. Sie sagten vorhin, es sei nahezu genetisch bedingt. Eine gewisse Klünge. Also die Kölner und die Preußen, die sind ja so ein bisschen gegensätzlich, obwohl die Preußen den Kölner Dom fertig gebaut haben. Das haben Sie toll gemacht, weil der ist bis heute nicht fertig. Danke, Preußen. Aber ich erinnere mich an ein Zitat von Friedrich II. von Preußen, als ein Beamter sich über sein mäßiges Salär beklagt hat, hat er den Satz ausdrückt, ich habe ihn an die Krippe gebunden, warum hat er nicht gefressen? Also selbst Friedrich der Große muss sowohl seine Leute kennend ein Stück weit kapitulieren vor der üblichen Klünge. Ja, ich habe nicht den Begriff genetisch genannt. Es ist eine Soziationsfrage. Das liegt, glaube ich, nicht in den Genen. Aber es liegt natürlich in der alltäglichen Erfahrung. Das ist eben genauso, wie Sie wissen, dass ein Taxifahrer in Berlin jetzt nicht der allerfreundlichste Mensch auf der Welt ist. Es gibt eben schon eine Sozialisierung, die stattfindet, die auch in jungen Jahren stattfindet. Und die auch zu einer Anti-Haltung führen kann. Ja, die aber auch, also wenn wir ex-Freundin aus dem Schwabenländle, die Kehrwoche, da hat die so gar nichts mit der Mut gehabt. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie nach Köln gezogen ist. Also es klappt nicht immer mit der Sozialisierung für alle. Aber, Entschuldigung, das Putzen liegt den Schwaben jetzt auch nicht in den Genen, sondern es ist tatsächlich eine Sozialisierung. Also man muss immer ein bisschen, man versucht ja auch immer ein bisschen schlauer zu sein. Also man moduliert, dass das vielleicht genetisch in der Richtung Anhaltung ist. Ja, das ist ein toller Ansatz. Ja, das ist ein toller Ansatz. Und zwar, Sie haben vorhin von der Dummheit gesprochen. Wie verführbar ist denn ein Mensch zur Korruption? Also ich habe einen Fall erlebt, hauptnah, dass die nach so 200.000 Euro, es war ein Abfallskandal, der Mann war ein populierter Chemiker und hat die Dummheit begabt. Es hat sich also, alles wurde aufgeschrieben, er hat sich ins Buch bringen gelassen und so weiter. Und da hat immer einer, der ein Angelaus fleißig missgeschrieben hat. Und als der Skandal aufkam, hat der natürlich die Liste veröffentlicht. Die kann man auch übers Fernsehen. Aber wie kann der Mensch so verführbar sein oder so dumm, dass er so elementare Vorsichtsparträge missachtert, dass er eben das aufscheinend ist oder so. Habt ihr das psychologisch gefasst? Nein, ich bin kein Psychologe. Ich bin Sozialwissenschaftler, Reiseswissenschaftler, aber nicht Psychologe. Aber natürlich von Politik und Soziologie. Das heißt, ich kann Verhaltensweisen analysieren und versuchen zu erklären und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, aber ich kann die psychologische Komponente daran nicht wirklich beurteilen. Da müsste man mal ein interdisziplinäres Forschungsprojekt machen, aber ich versuche solche Dinge soziologisch zu erklären. Deswegen dieser Begriff der Korruptionsethik. Auf der einen Seite, bei der ständigen Kosten-Nutzen-Abrechnung werden Sie natürlich irgendwann immer sicherer. Wenn Sie in den Supermarkt gehen, dann haben Sie irgendwann ein Bild dafür, was sind so die üblichen Sachen, die ich kaufe und was kosten die. Und Sie merken das, wenn die irgendwann deutlich teurer werden. Und wenn die nicht irgendwie deutlich teurer werden, dann kaufen Sie immer wieder die gleichen Sachen und fangen nicht jedes Mal an, Ihre Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen anzustellen. Wenn Sie immer diesen Käse kaufen und da ist jetzt nicht plötzlich von 2 auf 5 Euro, dann ist Ihnen das irgendwie doch relativ egal. Also vielleicht gibt es Einzelne, die nicht jetzt unrecht tun, die immer wirklich mit dem Taschenrechner da stehen und einzeln nachrechnen. Aber eigentlich ist das relativ unüblich. Und genauso werden Sie natürlich, wenn Sie ständig diese Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellen, weil Sie ständig korrupt sind, dass Sie dann irgendwann leichtsinnig werden, dass Sie mutig werden, dass Sie dann auch diese Störgefühle gar nicht mehr haben. Die müssen Sie ja aktiv verdrängen. In der Kosten-Nutzen-Erwägung ist ja auch immer das Kosten-Argument, also die Gefahr auch des Bestrafens, des Bestraftwerdens, die ist ja da. Die können Sie ja nur verdrängen, die können Sie sich wegrechtfertigen vor sich selbst. Aber letzten Endes ist sie ja immer noch da. Das heißt, Sie müssen verdrängen. Was wir im Übrigen, da kommt dann doch wieder ganz klein wenig zumindest Psychologie oder auch Soziologie mit rein, der menschliche Geist ist paradox. Wir sind ja nicht stringent. Der eine mehr, der andere weniger. Aber 100% stringent ist niemand von uns. Niemand. Wir haben alle Bestrebungen, die sich gegeneinander widersprechen. Wir wollen erfolgreich sein und wissen, dass es dafür sinnvoll ist, jeden Morgen pünktlich zur Arbeit zu gehen. Naja. Das kommt doch an, was man macht. Aber trotzdem hat man schon mal den inneren Schweinehund, der eigentlich dagegen spricht, was eigentlich völlig unnötig ist. Nur weil Sie in Dummheit gesagt haben, ja, dann, auf der anderen Seite ist die, ich sage mal, die Gier, das war also der Einzelfall, also es war nicht eine Korruptions-Sache, was die Saison, die sich entwickelt hätte, sondern es war ein einzelner Fall, wo eine Abfallfirma eben sich da einfach geholt hat und hat den gut gezahlt und ich ihn darauf reingewallen, ohne jetzt irgendwie, mit irgendeiner Erfahrung oder Gewöhnung, sondern die... Ja, das finde ich nicht mit der Dummheit, sondern... Ja, es ist... Es ist... Es kann nicht rein... Es ist Dummheit, aber es ist nicht mangel an Intelligenz, sondern es ist einfach die Gier hat jede Vorsicht, ja, weil das... Also ich würde trotzdem auch da sehr stark einschätzen, dass die das nicht zum ersten Mal gemacht haben und dass sie sich deswegen so sicher gefühlt haben. Die Dummheit, die ich meinte, war eben wirklich dieses über Ämterpatronage und Ähnliches in Positionen zu kommen, wo man es dann auch wirklich nicht mehr überlegt. Es war ein Pseudoklügel sozusagen, der aber dann zu den... Also negativ ausging als Aufflug, ja. Jetzt... Ja, Entschuldigung. Ja, nein, 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 nein. Jetzt habe ich auch mal eine Frage. Haben Sie sich gemeldet? Ja. Ja, ich bin... Ich werde es noch eine Stufe höher die Korruption kann man sagen das ist eine Erreichung eines Vorteils für nützliche Zuwanderer. Ich glaube, so steht es dann genug im Gesetzblatt. Und wenn man sich jetzt so anguckt, was die Parteien, die Politiker, aber jetzt haben wir die Parteien als anonymes Pro. So machen wir vor der Wahl. Ja, da suchen Sie sich diese Zielgruppe raus und jede Zielgruppe geben denen nützliche Zuwendungen und wollen damit wieder gewählt werden und an der Futtergruppe bleiben. Fällt das auch unter Ihre Definition von ja, Krügel, Korruption oder ist das was ganz anderes? Wenn die Zielgruppe aus einem bestimmten kleinen Anteil an beispielsweise Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung bestehen und ich denen konkrete Posten anbiete, ja, wenn ich allgemeine Wahlaussagen treffe, die tatsächlich auch auf bestimmte Gruppierungen zutreffen, habe ich als Wählerin und als Wähler ja die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Angebotspaletten auszuwählen. Die einen wollen was tun für Ökobauern, für Windkraftbetreiber und für Nürnungsupermärkte und die anderen wollen was tun für Zigarrenraucher, Atomkraftwerkbetreiber und Fahrer großer SUVs. Da kann ich ja überlegen, wen davon ich wählen möchte und insofern sehe ich da keine Korruptionsbeziehung gegeben, weil natürlich sozusagen Angebote gemacht werden, aber man kann die Angebote ja auch abnehmen, indem man eben das andere Angebot anmeldet. Das ist völlig richtig. Man hat noch eine gewisse Wahl frei, zumindest, wenn sich die Parteien nicht alle ganz einig sind. Aber allein der Versuch, sagen wir mal, damit Stimmen zu kaufen, so schön heißt. Ja, Stimmen kaufen ist ja jetzt schon wieder klar definiert. Also da geht es ja wirklich, ich gebe jemandem Geld dafür, dass er für mich stimmt. Das ist der Straftatbestand des Stimmenkaufs. Das ist, glaube ich, in Deutschland noch kein einziges nach verfolgt worden. Also nicht mal bei der Bundestagsabstimmung damals mit Frankfurt. Ja, genau, das nimmt man auch den lokalen Bezug. Selbst da haben sie es ja nicht wirklich reisen. Also sagen wir, weil es ja was über die. Ja, also im normalen Gefühl des einzelnen Bürgers, sagen wir mal, ist das jetzt kein Stimmenkauf im Strafrechtlichen Sinne, aber, sagen wir mal, die Partei versucht, ihre Interessen durch Versprechen von Wohltaten zu setzen. Ja, aber Wohltaten immer nur für bestimmte und die anderen kriegen sie nicht. Und die einen bekommen sie, weil sie eben auch eine bestimmte Lobby aufgebaut haben. Und da muss ich dann sagen, dann sagen sie jetzt, dann sagen sie jetzt, ja mein Gott, es gibt sowieso nicht so viel Auswahl. Das ist aber schon ein Schritt zu weit. Dann muss man halt eine Gegenlobby aufbauen. Und Entschuldigung, wir sind alle Bürger. Wir können angefangen über Leserbriefe an die Medien, wir können heute auch über soziale Netzwerke beispielsweise uns organisieren. Wir können uns, das darf man ja auch nicht vergessen, die Möglichkeit gibt es ja noch. Man kann sich ja auch in Parteien engagieren. Man kann ja auch mal eine Gegenlobby in der Partei für ein Thema aufbauen. Man kann mal den Laden mit den mit den meisten Gemeinsamkeiten sich aussuchen, der am wenigsten wehtut, weil es wird nie in der Demokratie einen Laden geben, der... ein Hobby aufmachen. Insofern, ich bin an der Stelle nicht, das werden Sie von anderen möglicherweise anders hören, ja, ich bin da nicht der Total-Pessimist, der sagt, ach, das Volk wird doch nur gekauft und alles ganz furchtbar. Dann muss man auch mal aufstehen und sagen, nee, okay, das will ich so nicht. Das hat man ja in den USA gesehen. Die Demokraten hatten ja viel mehr Geld, aber sie konnten die Stimmen nicht kaufen, weil der gesunde, ich sage jetzt mal, das gesunde Volksempfinden, wenn es sowas gibt, hat gemerkt, dass wir zu nah am Geld sind und haben dann aus Protest diesen etwas rügelhaften Donald Trump gewählt, der wesentlich weniger Geld hatte, um Stimmen zu kaufen. Ja, das ist ein bisschen komplexer und im Zusammenhang mit Trump, Wahl von gesunden Volksempfinden zu sprechen, fehlt mir etwas mehr, aber wir dürfen ja auch noch unterschiedliche meine Sachen. Ich habe zwei Wände aufgemacht. Nein, Trump, das ist jetzt eigentlich anderer Abend, anderer Vortrag. Trump hat zumindest bei den jungen Menschen, da ist ja die Internetnutzung, die Information über Facebook und ähnliche soziale Netzwerke noch viel weiter fortgeschritten. Sie haben dort Tageszeitungen, die gar nicht mehr auf Papierschraubform erscheinen zum Teil. Und insofern gibt es eine viel höhere Affinität zum Digitalen. Und dort hat man nicht so strenge Datenschutzgesetze wie hier. und selbst hier, da habe ich auch ehrlich gesagt ein Stück weit Angst vor der nächsten Bundestagswahl, Sie können mit relativ wenig Geld in der digitalen Welt allein durch Datenaggregation so zielgerichtet auf die Leute zugehen, dass es einem die Haare zu Berge stehen. Da können Sie, wenn Sie farbiger Familienvater sind, dann bekommen Sie halt und wenn dann eben verschiedene Parameter bei Facebook, alleine nur bei Facebook zusammenkommen und Sie dann noch beispielsweise Daten vom Payback kaufen, von Versicherungen kaufen, es gibt alles mögliche. Also Datensätze gibt es ohne Ende. Wenn Sie die irgendwann zusammenführen, Sie konnten schon, ich habe mich da für Monitor, für die ARD-Sendung noch mal mit beschäftigt, da hatte die CDU in Köln ein Programm schreiben lassen von Infotest-DiMap, das war sehr lustig, weil das auch unser Institut bei der ARD war. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Beitrag, den ich da gemacht habe, aber Sie haben ihn gesendet. Da haben die soziodemografische Daten gekauft und haben die, die bekommen als Partei, um Wähler anzuschreiben, das Wählerverzeichnis. Und die haben dieses Wählerverzeichnis einfach mit den Daten zusammengeführt. Und Sie können, Sie konnten damals schon, das ist jetzt 15 Jahre her, Sie konnten damals schon demoskopisch vorhersagen, welches Waschmittel Sie kaufen. Sie konnten haushaltsscharf, zum Teil sogar Personenscharf, aber mindestens haushaltsscharf sagen, was für ein Auto Sie fahren, was für ein Waschmittel Sie nutzen, welche Parteipräferenz Sie haben und so weiter. So, heute ist das ja, ehrlich gesagt, noch mal komplett pervertiert. Vielleicht mag sich der eine oder die andere noch daran erinnern, dass es in Deutschland mal so etwas wie eine Volkszählung gab. Ja, da klingelt was. Das ist doch Pinnefalle. Also ich meine, mein Vater ist damals verpflichtet worden, der hat das damals gemacht und ist immer schimpfen für den Rohrspatz nach Hause gekommen. Ja, das war ja eine richtige Volksbewegung gegen die Volkszählung. Mein Gott, gab es da Diskussionen. Heute geben wir noch viel sensiblere Daten in unglaublichen Mengen. Völlig freiwillig her. Und jetzt wird wirklich das gemacht, was damals dem Staat unterstellt wurde. Jetzt wird wirklich das gemacht und zwar nicht vom Staat. Jetzt wird wirklich das gemacht, es wird aggregiert, es wird zusammengeführt und wir können mit relativ wenigen Klicks, ich nutze es ja in der journalistischen Recherche zum Teil auch, mit relativ wenigen Klicks können Sie regelrechte Soziogramme erstellen und dann können Sie maßgeschneiderte Werbung für exakt Ihre Lebenssituation, also beispielsweise den farbigen, wo man dann, und wenn Fakten nicht mehr zählen, wenn Fakten nicht mehr zählen, dann zähle ich Ihnen doch alles, damit Sie nicht wehren. Aber glauben wir nicht, dass die Medien, also diese drei fernse Diskussionen wo dann Trump praktisch durch eine gewisse Ehrlichkeit seine eigene Korruption bekennend, indem er die korrupten Steuergesetze ausnutzen, praktisch kaum Steuern gezahlt hat und diese Ehrlichkeit, die falschen Steuergesetze, die Schlupflöcher aufdeckte, hat direkt den Leuten imponiert und ich glaube schon, dass wir direkt jetzt auch ohne Internet, also ich glaube, dass diese drei Diskussionen waren, wichtig waren. Ja, wer ein bisschen nachgedacht hat, hat die Ehrlichkeit der Unehrlichkeit festgestellt. Letzten Endes ist es doch eine konsequente Haltung von Ihnen, so viele ehrliche Dinge dann auch einzuräumen, wo er ganz genau weiß, ich meine, es gibt Spin-Doktoren dafür, es gibt Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als auch da wieder eine Kosten-Nutzen, also eine Risiko-Ablegung. Und wenn ich ganz genau weiß, wenn die Leute recherchieren, dann werden sie sowieso irgendwann drauf kommen, gehe ich doch besser in die Offensive. Wenn ich das vollkleiste, mit so viel Unsinn, den ich erzähle, wo ich die schwachsinnigsten Dinge zugebe oder verspreche oder sonst irgendwas oder eben in Offensiven, die völlig absurd sind, gegen meine Gegnerin fahre, dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob ich noch irgendwas einräume, was tatsächlich so ist. Und dieses Zugleistern, dieses postfaktische Zugleistern, nochmal ganz ehrlich, da habe ich als Bürger, einfach mal als Bürger, denken wir jetzt den ganzen anderen Rest mal weg, als Bürger habe ich davor Angst. Denn die nächste Bundestagswahl, da werden wir hoffentlich nur einen Vorgeschmack bekommen. Und ich hoffe, dass sich dieser Trend auch irgendwann wieder umkehrt. Ich habe gestern noch mal eine Diskussion gehabt in Köln zur Rolle des Journalismus in genau solchen Zeiten. Da bin ich gerade der Wanderprediger. Und wir müssen wieder dahin kommen, dass die Leute Fakten wieder ernst nehmen. Und ein Beispiel, das ich, und dann gebe ich auch wieder den drauf. Ein Beispiel, das ich immer bringe, ist, wenn Sie eine Versicherung beispielsweise abschließen möchten, dann können Sie sich auf ganz vielen tollen und pseudo-journalistisch aufgemachten Portalen informieren. Und dann können Sie da ganz tolle Ergebnisse, auch super beschrieben und so und hört sich alles ganz seriös an. Das können Sie dort bekommen. Wenn Sie dann irgendwann feststellen, dass Sie mit gleicher Lebenssituation das doppelte zahlen von Ihrem Nachbarn, dann würde ich vielleicht dann doch mal das Heft der Stiftung Warentest in Ihre Hand nehmen. Ich glaube schon, dass das auch ein Lernprozess ist, dass das Pendel gerade ausschlägt. Ja, das ist so. Dass das Pendel aber auch wieder zurücksteht. Ich vertraue dann doch darauf, dass die Menschen schlau genug sind und genug Lebenserfahrung dann ansammeln mit diesen Situationen, dass sie irgendwann wieder eine Sehnsucht nach Einordnung, eine Sehnsucht nach Seriosität haben. Und nochmal, es gibt Lebenssituationen, wo das sehr hilfreich ist. Ich war jemandem dann in der Werbung und weiß, man darf den Verbraucher nicht gelügen. Ich wollte mal ganz allgemein fragen, ich glaube, Angebot und Annahme eines Angebots oder Geschäftsvorschlags ist im Allgemeinen keine Korruption. Auch was Sie sagten, dass man eine Wahl hat, ist kein Argument, weil das hat man auch bei der Korruption. Gibt es ein definierendes Element, wo man jetzt mal abgesehen von Laufstufe und Strafbarkeit, das man einbringen könnte, definierend zu sagen, was Korruption ist und was nicht. Korruption ist das sich gegenseitige Verschaffen von Vorteilen zu Lasten eines Dritten. Alles andere, was Sie an Definitionen dann noch draufsetzen, macht es spannend. Gibt es denn da eine finanzielle Grenze oder dass man sagen kann, hier ist ja nichts zu tun. Das ist nicht nur finanziert. Also es liegt an das Germanische zu tun. Es kann Geld sein. Etwas ist oft gegen andere oder immer gegen andere. Also es ist ähnlich, Max Weber spricht ja bei den Ressourcen von Macht. Interessiert es noch? Ja, ja. Ja, ja, sehr schön. Aber er bleibt anderweitig. Jürgen. Tut mir leid. Als Sie die Fragen gestellt haben. Max Weber spricht ja bei den Ressourcen von Macht. Von verschiedenen Ressourcen, wozu natürlich Zeit und Geld gehören, aber wozu zum Beispiel auch das Charisma gehört. Und das ist das, was ich vorhin als Ansehensmehrung schon eingeführt habe. Also es muss zum Teil gar nicht wirklich um Geld gehen. Es geht auch sehr oft nicht um Geld. Auch bei diesen Verführungsstrategien geht es eben oft auch gar nicht um Geld. Das heißt, auch solche Dinge müssen Sie ja erfassen. Also es gibt, vielleicht noch kurz das Beispiel, gibt es irgendjemanden, der, da haben wir jetzt bald Weihnachten, von irgendeinem Musiker, Künstler, Sängerin, Sänger völlig begeistert ist. Ist irgendjemand Fan von, weiß ich nicht, Udo Lindenberg, von irgendetwas? Ja, von wem denn? Udo Lindenberg. Ist so richtig cool. Gut, klar. So seit Jahren immer, wenn der eine neue CD macht, sind Sie dabei. Ich habe es alle. Ja, auf Konzerten schon mal gewesen. Auch. Auch. Teuer, ne? Zündig. So, jetzt nehmen wir mal an, ich möchte Ihnen korrumpieren. Ich muss jetzt notwendiger, sagen Sie Stopp, wenn ich Ihnen zu persönlich werde. Sind Sie Solo in einer Partnerschaft? Da sitzt Sie ganz am Ende. Da sitzt Sie ganz am Ende. Okay. So. Jetzt möchte ich Sie korrumpieren. Ja? Weil Sie mir irgendwas Gutes tun können. Sie sind in der Stadtverwaltung, ich bin Bauunternehmer. Wenn ich Sie jetzt korrumpieren möchte, kann ich Ihnen natürlich Geld am Tisch legen. Kann auch was sagen, weißt du was? Davon kannst du dir zehn Karten für Udo Lindenberg kaufen. Platt, doof, Angebot, Annahme. Nein, nehmen Sie nicht an. Wäre nicht blöd. Ich mache was anderes. Ich schicke ihr zwei Karten für Udo Lindenberg im Januar in Hamburg mit Meet & Greet im Hotel Atlantik. Gemeinsam schönen Abendessen, übrigens auch Übernachtung im Hotel Atlantik, das ist klar. Und eben witzigerweise mal Presseball wirklich letztes Jahr passiert, dass da wirklich Udo Lindenberg an der Bar steht. Ich habe das ja nie glauben wollen, ich habe das ja mal irgendwie gelesen. Und dann steht er tatsächlich abends mit seiner Band, wenn der vom Auftritt kommt, dann stellt er sich anschließend in die Bar, übrigens in Hamburg, also in Nordrhein-Westfalen ist ja strenges Rauchverbot, da gibt es kein Rauchverbot. Da, wo nichts zu essen serviert wird, da dürfen Sie auch im Raum da machen. Und das ist eine total lustige Art, das gibt es wirklich. So was kann man natürlich kaufen. Es gibt Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, die können das natürlich als Event, als Erlebnis, aber so ohne weiteres kommen Sie da nicht dran. Das heißt, wenn ich ihr das schicke, viel Spaß unter dem Weihnachtsbaum. Wenn Sie sagen, das ist korrupt, das geht doch nicht, das können wir nicht annehmen. Moment, das habe ich gekriegt, ja, und wenn du lieb bist, nehme ich dich mit. Ansonsten, also, ihr mag, den wäre ich auch. Und dann sitzen Sie im Januar alleine und sie ist, also, lustige Diskussion. So gut trage ich so Christian Wulff. Sie können, Sie können an der Stelle, nochmal, Sie können sich jetzt ins Hotel Atlantik einladen, ja, das ist scheiße teuer, aber Sie können das. Ja, Sie können die Konzertkarten kaufen, wenn es noch welche gibt. Können Sie. Nein, Sie kriegen dieses Meet & Greet nicht. Sie können sich drei Nächste, können Sie sich in die Bar legen, ja, und ausgerechnet, in der Woche ist er nicht da oder geht irgendwo anders hin. Ja, Pech. Das schleppen Sie ihr Leben lang rum. Ihr Leben lang. Das sind solche Strategien. Es geht nicht immer um Geld. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Danke, dass Sie mitgemacht haben. Ein Beispiel brauche ich. Ich weiß, was Sie machen. Jetzt wird es beide sehr nachdenklich. Boah, jetzt war ich schon mal die Frage, das ist leid, braucht der nicht. Jetzt, Moment, wir wollen das nochmal für alle klarstellen, ich brauche den nicht, bezog sich auf Bruno Lindenberg. Bevor ich Sie jetzt gleich im Streit entlassen. Nein, 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 genau auf diesen Mann. Gut, ich brauche den. Okay? So, Herr Moderator, war ein Gute Frage. Hier ist ein Wortmeldung. Hier ist noch eine Frage. Hier ist ein Wortmeldung. Junge, da möchte ich auch noch was sagen. Sie sagten vorhin, also es gibt das Positive, den positiven Klüngen und jetzt ist die Frage, wo ist die Grenze, wo kippt es, wo, an welcher Stelle kann das kippen? Sie sagen ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein materieller Vorteil, der da zugrunde liegt, sondern ist ja wahrscheinlich dann ein moralischer. Aber so sich, also was annehmen, ist ja manchmal auch einfach ein Dankeschön annehmen, ja, und wo ist dann die Grenze zur Korruption? Ja, also das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, verschwommen. Die Graustufenpyramide. Es gibt nicht die klare Stelle, wo es gibt, das ist das Problem. Bitte? Anwälte leben davon, dass man das nicht richtig definieren kann. Ja, also ich ziehe mir ja jetzt auch schon seit zehn Jahren damit durch die Gegend und ich habe auch noch keinen, ich habe mich mit Kriminologen, einer meiner besten privaten Freunde ist der stellvertretende Bundesvorsitzende vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, also die Kripo-Bewerkschaft und macht im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, da bin ich da weil er stellvertretender Bundesvorsitzender, also auch viel unterwegs und kaum noch im Job, aber früher hat er auch Korruptionsbekämpfung gemacht und Sie werden keinen Experten finden, der Ihnen klar sagt, an der Stelle gibt es. Zumal, nochmal, dann sind wir ja schon wieder in der Frage der Definition. Nehmen wir die enge strafrechtliche Definition oder nicht? Und Strafrecht ist letzten Endes auch immer konsequenter Aushandlungssache. Das, was heute verboten ist, muss nicht vor 10 Jahren auch schon verboten worden sein, muss nicht in 10 Jahren auch verboten bleiben. Paragraf 175, um mal was ganz anderes zu nehmen. Und tatsächlich, vor 20 Jahren waren Schmiergeldzahlungen auch ohne Angabe des Empfängers, Schmiergeldzahlungen von der Steuer absetzbar. Also nützliche Aufwendung. Nützliche Aufwendung. Das führt mich zu einer Frage, wenn ich etwas größer jetzt denke, national oder global, wie viel Schmiergeld, also wenn man schmiert, läuft es besser, wie viel Schmier, wie viel Korruption braucht oder verträgt eine Volkswirtschaft. Also Schmiergeld, glaube ich, in dreifacher Milliardenhöhe, oder? Richtig? Also ganz ehrlich, die Zahlen habe ich nicht präsent. Ich habe natürlich trotzdem Werte, denn selbst wenn mein türkischer Gärtner sich einfach weigert, eine Rechnung zu schreiben, dann ernähre ich durch das Geld, was ich ihm gebe, eine Familie, die dann irgendwo einkauft. Also es ist ja nicht so, dass das Geld weg ist. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, Banken zu überfallen. Da ist ja auch nicht so, dass das Geld weg ist. Nö, das kommt wieder nicht drauf. Das kommt sogar, damit kommt ein Trick zu schüren. Brot für die Welt, aber der Kuchen bleibt hier. Also erstens, ich bin kein Volkswirtschaftler. Das ist immer so schön bei den Wissenschaftlern, die einfach abpollern können und sagen, ich habe auch, und da bin ich auch nicht der typische Kölner, der typische Kölner würde Ihnen jetzt irgendeine Zahl nennen und nein, ich weiß es, sticht dann einfach nicht. Also irgendwann hatte ich die, ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt dabei habe, für Deutschland mal die Zahl, die aber auch nur eine Schätzung ist. Also man geht davon aus, dass 5% das Hellfeld sind. Dass wir über 5%, zumindest verdachtsmäßig. Jetzt nicht die Urteile drin, sondern die Verdachtsfälle. 5% der Schmiergelder beziehungsweise der Summen, die an Schaden entstehen. Und ganz ehrlich, deswegen habe ich auch da, hier Kaffee-Röster-Kartell, relativ wenig Lust, mich mit den Zahlen zu beschäftigen. Weil ich einfach sage, wenn 95% sowieso nicht bekannt sind, und das ist so die Zahl, die manche sagen sogar, es ist noch mehr, aber dann macht es auch keinen Sinn, über die paar Euro zu sprechen, die dann bekannt sind. Es ist einfach ein strukturelles Problem, und wir werden es nie komplett ausrotten, weil es dann immer irgendwo auch solche Kreise gibt, die selbstreferenziell sind, und wo man dann das Opfer auch ausblendet. Hier sind es zum Beispiel dann Sozialversicherungen als Opfer. Also wenn denn diese Familie wirklich mal in eine soziale Notlage kommt, dann wäre es vielleicht doch ganz schön gewesen gesellschaftlich, wenn sie ein bisschen was in die Sozialkassen eingezahlt hätten, wenn sie da von Krankenkassen Beitrag gezahlt hätten und so weiter. Das ist ein bisschen kurz gedacht. Ja, das sind genau solche Rechtfertigungsstrategien, wo man gerade bei der Korruption es ganz wunderbar schafft, die Opfer auszublenden, weil es einfach dann auch so amorph und viele sind. Wenn ich der alten Oma jetzt gleich auf den Weg zum Bahnhof die Handtasche klaue, da habe ich direkt das Opfer, und das tut mir dann tendenziell wahrscheinlich auch leid. ja, der bleibt schon. Aber so, so, mein Gott, in Landburg, Steuerbetrug schon fast, oder Steuervergehen, also, oder Steuergestaltung, was ein Volkssport ist, ja, also, er hat es ja schon gesagt, möglicherweise werde ich ja irgendwann auch nochmal hier einfliegen mit einem anderen Projekt, das ich gerade habe. ich schreibe gerade ein Buch über Verbote. und zwar ganz bewusst, ja, aus verschiedenen Denkrichtungen, was möglicherweise noch keiner getan hat. Also, die klassischen Verbote, aber eben auch das, so unter der Rote, das soll man nicht, das tut man nicht, jeder von uns weiß, dass natürlich nicht der Rote über die Ampel geht. Also, es gibt so viele Dinge, wenn man da mal in Ruhe drüber nachdenkt, und das tue ich jetzt bei ein paar Jahren schon im Rahmen dieses Projekts. Ich weiß nicht, ob es im Internet noch ist, im Deutschlandradio habe ich auch dazu schon mal ein Feature gemacht, also das ist super spannend. Ich habe jetzt Eikam von Hirschhausen, Gerhard Baum und solchen Leuten darüber gesprochen, also da kommt noch was. Also insofern, dieses Schön-Dichten ist relativ typisch und hat vielleicht auch Ihnen allen jetzt gezeigt, wie schnell man auch auf so eine Spur kommen kann. Natürlich. Das ist in jedem von uns drin und deswegen müssen wir zumindest in gesellschaftlichen Strukturen immer wieder diese Frage stellen. Und immer wieder die Frage stellen, ist das jetzt in Ordnung oder nicht? Und Strafrecht ist da, also auch im Korruptionsbereich, so wandelbar. Also jetzt denken wir ja gerade darüber nach, ob man wie in den USA in den meisten Staaten mittlerweile Marihuana legalisiert. Er ist über 20 Jahre noch völlig undenkbar gewesen. Auch in den USA, aber auch hier. Ja, also das ist immer gesellschaftliche Aushandlungssache, was man will und natürlich, es gibt auch die Theoretiker, die sagen, eigentlich ist nur mit Schmiergeld oder mit Zuwendungen eine Wirtschaft tatsächlich nachhaltig am Laufen zu werden. In dem einen Land mehr, in dem anderen das weniger. diese Ansicht gibt es, sagen Sie es mir nach, ist es nicht meine. Aber das ist das Schöne, das ist auch in der Wissenschaft unterschiedlich. Es sind übrigens auch nahezu ausschließlich Wirtschaftswissenschaftler, die das so sehen. Wie ist Ihr Blick auf Korruption, Bestechung deutscher Unternehmen bei Geschäften im Ausland? Ich denke an Panzerdeals, ich denke an Kraftwerke, ich denke aktuell auch an die U-Boote nach Israel, das ist ja vor kurzer Zeit aufgepoppt. Es sichert hier Arbeitsplätze, die voll versteuert sind. Wie ist da der Blick bringt das auch? Erstens ist es verboten und zweitens, wie kommen wir auf die Idee, unsere soziale Absicherung über die soziale Absicherung dort zu stellen? Das kann man als gedankliches Konstrukt machen. Damit muss man es aber auch irgendwo, also wenn man sagt, Nationalökonomie über alles, Hauptsache hier sind Arbeitsplätze, das kann man machen oder muss man es auch konsequent machen und wenn man es konsequent macht, gibt es kein Außenhandel mehr. Die Gewalt hat einiges. Also das ist, ja, es ist ein nettes Konzept, ja, stößt nur irgendwie irgendwann an irgendeine Grenze. Dann sind wir aber auch wieder bei dem Problem der Politik, die im Anschluss an eine verlorene Wahl ja auch die ein oder andere Stelle sucht. Ich denke an Fischer, ich denke an Schröder, die ja irgendwo bei Industrieunternehmen aufgepoppt sind, in Großen und in Köln scheint es ja in dem Raum bei städtischen Unternehmen, kommunalen Unternehmen ja auch wechselweise Besetzungen durch abgewählte Parteigenossen zu geben. Hat es lange gegeben und zwar auch sehr massiv. Also erstmal, wir haben politisch ein ganz anderes Problem. Also zum Beispiel, dass die USA dann so bekannt waren, dass sie gegen eigene Unternehmen nicht so streng vorgehen und dass Deutsche Bank und ähnlich immer schön regelmäßig abgemeiert werden. Das ist dann nicht fair und da wünsche ich mir in der Tat auch mehr Gerechtigkeit weltweit. Also das eine Extrem kann es nicht sein, das andere Extrem kann es aber dann auch nicht sein. Was die Versorgungsmentalität, die Vorratspostenspeicherung sozusagen für Politikerinnen und Politiker angeht, das ist dann ein Problem, wenn diese Kontakte angebahnt werden während der Amtszeit und möglicherweise das politische Handeln beeinflussen. Deswegen bin ich großer Freund von Karenzzeiten beispielsweise. Auf der anderen Seite, das muss ich aber auch ganz deutlich sagen, es kann nicht sein, wir haben auch schon Politiker gehabt, die auf Hartz IV gelandet sind, das hat es auch schon gegeben, es kann nicht sein, dass wir Menschen, die sich für diese Gesellschaft zeitweise einsetzen und die Diäten, auch selbst im Bundestag, sind jetzt nicht so furchtbar toll, dass man jetzt sagt, das ist das allergrößte von der Welt. Wenn Sie das Engagement zeitlicher, physischer, psychischer Art in der freien Wirtschaft einbringen, verdienen Sie definitiv mehr. Wenn Sie einen Job anständig machen, wenn Sie da nur rumsitzen und im Wahlkreis lieben, also das ist das. Aber jetzt grundsätzlich auszuschließen, dass die dann auch an anderer Stelle der Gesellschaft im Wirtschaftssystem oder im politischen oder im bürokratischen System dann auch Führungsrollen ausüben dürfen, da bin ich absolut gegen, das zu untersagen. Nein, es muss A, Qualifikation zählen und es muss B, dann auch zuweilen, wenn es im gleichen Bereich oder im ähnlichen Bereich ist, wo man tätig gewesen ist, politisch, dann muss es Karenzzeiten geben, es muss dann auch transparent sein, es muss und darf dann auch eine öffentliche Diskussion darüber geben, da muss man dann auch zustehen, es wird ja keiner mit Waffen gezwungen, in die Politik zu gehen und insofern muss er das auch verteidigen. Ja, und dann muss auch eine Partei damit leben und ich weiß nicht, ob die SPD sich unumwunden immer über Gerhard Schröder freut. Da manchmal ist es nur bemerkenswert, dass der eine oder andere Politiker in Folge nicht in den aktiven Wirtschafts-, in das Wirtschaftshandeln einsteigt, sondern eher in den Bereich des Lobbyismus. Innerhalb eines Unternehmens als Schnittstelle Unternehmen wieder zur Politik. Das ist ja jetzt auch... Ja, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, in vielen Unternehmen, die können es doch wirklich nicht. Ja, Koch, das ist ein Beispiel. Ja, aber nein, Moment, nein, nein, nicht so rum. Nee, langsam. Viele Unternehmen machen einen anständigen Job, aber haben kein Gefühl dafür, haben keine Lust darauf, sich mit Gesetzgebungsprozessen auch nur ansatzweise auseinanderzusetzen. Entweder kaufe ich mir Lobbyisten oder ich hole sie mir selbst rein in den Laden. Und wer soll das denn an? Also so viele Politikwissenschaftler, die sich mit dem Bereich auseinandergesetzt haben und das in der Theorie sich eingeguckt haben, gibt es erstens nicht und zweitens sind ja unter Umständen auch ganz tolle Theoretiker. Sie hatten ja vorhin auch freundlicherweise politikinstitut.de erwähnt, wo wir eben ganz bewusst Leute aus, auch der Theorie, zum Teil auch Praxis, zusammensammeln, die drei Sätze wieder aussprechen können. Vor einer Kamera vom Mikrofon, das ist nämlich nicht selbstverständlich, gerade bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Insofern müssen wir auch diesen politischen Analphabetismus großer Unternehmen nochmal eigentlich einen geilen Job machen, aber letzten Endes sich nicht wehren können, wenn es eine Diskussion in der Tabakindustrie über das Rauchverbot gibt. dann muss es auch diejenigen geben, die sich da dagegen engagieren, hat ja nicht viel genutzt, ist es ja nur trotzdem da, das ist Demokratie. Aber es ist völlig legitim, dass die sich Profis reinheulen und ja, Politiker sind an der Stelle Profis. Und da muss man sowohl für sich selbst in der eigenen Lebensgeschichte, jemand, der da völlig angeschlagen ist, der das auf die saublöde Tour gemacht hat, der wird dann letzten Endes A in der Politik zum Teil auch nicht wirklich ernst genommen und der wird ja auch immer wieder mit öffentlichen Äußerungen in den Medien erscheinen, was dann dem Unternehmen auch nicht wirklich gut tut. Also wenn das nicht gut gelaufen ist, bei Roland Koch, der taucht sehr selten in den Medien auf, interessanterweise, ich kann nicht wirklich beurteilen, weil ich mich damit jetzt nicht speziell beschäftigt habe, wie effektiv er seinen Job da eigentlich macht. Da sind natürlich auch ein paar Scharlataner unterwegs. Ich kann es wirklich nicht beurteilen, in diesem konkreten Fall. Aber es kann auch sein, dass sich einen hochbezahlten Ex-Politiker da hinsetzen, der ihnen eigentlich gar nicht wirklich was bringt und der ihnen im Prinzip die FAZ vorliest und hin und wieder mal aus dem Bundesgesetzblatt. Ja, aber ganz ehrlich, auch in dem Bereich, alleine, natürlich haben sie Strukturen, das haben wir auch, wo sie im Gesetzgebungsverfahren sogar aufgefordert werden, sich zu äußern. Sowohl Verbände als auch große Unternehmen. Wenn sie da aber keinen haben, der die politische Sprache spricht, sage ich jetzt mal. Das ist eine juristische Kompetenz, da habe ich zu weinen meine Schwierigkeiten mit. Also Gesetzesvorlagen, boah, ich weiß nicht, ob Sie jetzt, wenn Sie gleich nach Hause kommen, dann Gesetzestexte wälzen. So aus Spaß, so aus Hobby. Nichts immer Telefonbuch. Ja, nicht immer Telefonbuch. Nein, aber es ist wirklich eine ganz schwierige Materie und ganz schwierige Materie, wenn es eben um irgendwelche Kernanlagen oder sonst was geht. Also, das ist so kompliziert und Sie müssen dann eben auch die Konfliktpunkte herausarbeiten können, das Interesse erst mal selbst für sich selbst definieren können. Das ist ein harter Job und da Leute zu nehmen, die den Job können, macht Sinn und nochmal, da ist die Transparenz halt wichtig, da ist die öffentliche Diskurs wichtig und da muss es eben auch über zum Beispiel Karenzzeitregelungen Ausschlusskriterien geben, was eben nicht geht. Man muss aber trotzdem sagen, diese Gesetzestexte werden von Fachjuristen erstellt, auch aus der freien Wirtschaft mittlerweile im Übrigen und ich bezweifle, dass Leute, die vorher in Parlamenten tätig sind, sich der Tragweite dieser Gesetzestexte bewusst sind, ob sie jetzt Juristen sind, Ewigkeit nicht mehr praktiziert haben oder ob sie jetzt eine andere Tätigkeit wahrgenommen haben, wie unser bekannter Frankfurter Taxifahrer. Okay, gibt es, ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete ich weiß nicht, wie viele Abgeordnete Sie persönlich kennen. Da hatten das eine oder andere Vergnüge auch für der Zeit. Also ich kenne einige jetzt in meinem Bereich, zumal die Wahlen vor der Tür stehen und ich kenne kein allgemeinpolitisches Mandat, wir kennen das noch, schon während dem Parlament, der und Frau hat kein allgemeinpolitisches Mandat. Wir sind parteipolitisch unabhängig, deswegen werde ich mich auch nicht hinweisen lassen, jetzt einzelne Parteien ins Fenster zu hängen. Aber ich stelle extreme Unterschiede zwischen den Bundestagsfraktionen in meinem Bereich fest, also im Bereich im weitesten Sinne Medienpolitik. Es gibt in manchen Fraktionen richtig tolle Arbeiter, die richtig Ahnung haben, die sich richtig reinarbeiten, die mal Juristen sind und mal auch nicht, aber die ihnen über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens Auskunft geben können, das mit ihnen diskutieren, die über die verschiedenen Intentionen, die von den verschiedenen Lobbyisten an sie herangetragen werden, meine Gegner sozusagen sind dann der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger beispielsweise, die sind manchmal sehr aggressiv drauf. Es gibt auch viele Dinge, wo wir zusammenarbeiten, bei Pressefreiheit und so, aber es gibt auch immer mal wieder Dinge, da haben wir sehr unterschiedliche Einstellungen. Ich treffe auf Politikerinnen und Politiker, die kann nicht verstehen, was ich will, und ich treffe auf Leute, die richtig was auf dem Kasten haben. Das sind übrigens leider dann auch oft diejenigen, die in ihrem Wahlkreis dann gar nicht so angesehen sind, weil sie sich eben viel zu viel mit der Materie beschäftigen. Das ist übrigens auch so eine eigentlich böse Anforderung, die wir an unsere Politikerinnen und Politiker stellen. Ganz ehrlich, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht und ich habe einen so unglaublichen Respekt davor. Wenn man volksverbunden, basisverbunden sein möchte, dann läuft man über Schützen- und Karnevalsfeste, über alle möglichen Veranstaltungen und kommt zum eigentlichen Arbeiten eigentlich kaum. Und das, was man dann da in Berlin macht, wenn man es ernst nimmt, das ist so anstrengend und das hört sich manchmal total lustig an. Hauptstadttreff von, also nicht, irgendeinem Fernsehsender, Zeitung, Zeitschrift, was auch immer. Es mag jetzt für Sie befremdlich klingen, aber das ist harte Arbeit. Weil das sind die Brennpunkte, wo Sie plötzlich die Zuständigen alle zusammen haben. Den Staatssekretär, die Politiker, den Verleger, den Senderchef. Sie haben plötzlich alle Leute auf einem Haufen und Sie können mit denen reden. Da, wo Sie im Büro anrufen und eigentlich gar nicht an die drankommen, es ist zum Teil auch nicht so einfach, an mich ranzukommen. Aber da haben Sie die, wie durch ein Brennglas, da sind die plötzlich alle zusammen die Zuständigkeit. Und da kennt man seine Pappenheimer. Man weiß ganz genau, wen man fragt nach dem Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Man weiß, der hat Ahnung. Der ist vielleicht ganz anderer Meinung als ich. Mit dem werde ich nie auf den grünen Zweig kommen, aber der hat Ahnung. So, und solche Leute, die da wirklich einen richtig guten Job machen, die richtig Ahnung haben, und ich gehe davon aus, dass die dann auch in einer anderen Verwendung, beruflichen Verwendung, gut arbeiten können. Und ja, das mag zubeeren befremdlich sein. Wenn Sie aber von der einen Versicherung zur Konkurrenzversicherung wechseln, als Mitarbeiter, als leitender Mitarbeiter, ist das auch befremdlich. Und wenn ich nicht Leute da haben will, die vom Kreißsaal über Hörsaal in den Plenarsaal gehen und eben nur noch in Politik ausrichten und es gar nicht vertragen könnten, abgewählt zu werden, dann mache ich eine ganz große Schwierigkeit. Dann machen wir uns als Republik ganz große Schwierigkeiten und davon haben genug. Also dann lieber Leute, die auch gerne, vielleicht auch nur zeitweise in die Politik gehen, weil so war es mal gedacht. Berufspolitik war in dieser Republik zumindest konstituiert nicht vorgesehen. Deswegen sage ich ja, deswegen werden Sie mich auch nicht in diese Richtung festnageln, auch in der Beobachterrolle. Ich halte das für ganz wichtig, dass Politiker auch anschließend noch eine anständige Verwendung haben können. Und wenn das in der politischen Kommunikation ist, im Lobbyismus ist, ist das auch in Ordnung. Es muss nur jeder Einzelfall auch hier wieder betrachtet werden und es muss auch darüber dann im öffentlichen Diskurs gehen. Ich will Sie jetzt nicht abbögen. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich habe jetzt echt gesagt, kann ich auf die Umgutur auch. Ja, sehr gut. Dann darf ich aber mal ganz kurz das vermögen. Aber auch jetzt mal ein Rotwein. Ich höre mich genau. Danke dir. Ich höre mich genau.